Botschafterschlagernansage und Segelansage. Und das geht's gleich nach dem Intro. Moin, ich bin Kexos und dieses Video heute passt ganz gut zu der Segelreihe. Ich habe euch in der vergangenen Zeit so gut 60 Segel vorgestellt. Es kommt noch mehr. Irgendwann im letzten Jahr, noch vor der Segelreihe, habe ich euch erklärt, dass man anhand von Segeln manchmal erkennen kann, wie stark der Gegner ist. Das muss nicht immer stimmen. Aber ich mache mal ein paar Beispiele. Nehmen wir mal das Creator Crew Segel. Wenn wir diese Segel auf See sehen, können wir davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich ein Streamer oder ein Creator an Bord ist. Oder nehmen wir dieses Segel hier. Bei dem Segel können wir davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich ein NAL-Gewinner an Bord des gegnerischen Schiffes ist. Über dieses Segel hier lässt sich sagen, dass es sich um das häufigste Segel der Sea of Thieves handelt. Und dass der Spieler, der das Segel drauf gemacht hat, schon einige Spielstunden hat. Denn um dieses Segel zu bekommen, muss der Piratenlegende sein. Und das Gegenteil ist natürlich auch möglich. Man kann natürlich auch anhand eines Schiffskins die Schwäche eines Spielers erkennen. Ich denke da zum Beispiel an den Eschen-Skin. Nur, ich erwähne es lieber gleich, man sollte diese Sache nicht generalisieren. Es gibt Spieler, die absichtlich Eschen-Skin fahren, damit sie unterschätzt werden. Um Segel ansagen zu können, muss man also eine ganze Menge wissen über Segel und ihre Herkunft. Wenn ihr jetzt in einen Kampf kommt, dann teilt eure Crew mit, wie das Segel heisst, das der Gegner drauf hat. Und wenn ihr Segel ansagt und dann Fragen aufkommen zum Thema, wo kommt das Segel her, muss man das natürlich auch nennen. Vorausgesetzt, ihr kennt den Namen des Segels. In dem Fall hier, bei dieser Break and Plunder Valley, ist es das Segel der blauen Horizonte. Über diese Spieler lässt sich sagen, dass die schon ein bisschen länger spielen. Das war in einem Season Pass drin, ungefähr im Jahr 2021. Ob ihr die Segelnamen auf Deutsch oder auf Englisch sagt, hängt von der Crew ab. Ist die Crew rein Deutsch, empfehle ich euch, die deutschen Namen zu verwenden. Bei eingespielten Crews, die sehr vertraut miteinander sind und auch vertraut mit Segeln, fällt die Segelansage für gewöhnliche Segel weg. Bei der Flaggenansage ist es wesentlich einfacher. Denn ihr habt ja nur Reaper, Goldsammler, Handel, Seelenorden und Athena. Die Botschafterflagge lassen sich leveln. Und das Level kann man anhand der Flagge sehen. Die hat so Striche und jeder Strich steht für ein Level. Das heisst, wenn wir eine Botschafterflagge mit einem Strich sehen, dann ist das eine Einser Flagge. Wenn wir eine Botschafterflagge mit fünf Strichen sehen, dann ist das eine Fünfer Flagge. Nennt, wenn ihr ein Schiff seht und die eine Botschafterflagge drauf hat, die Fraktion und Höhe der Flagge. Hier bei dieser Brick an Plunder Valley handelt es sich um eine Affina 3. Umso höher das Level der Flagge, umso länger wird die Flagge im Übrigen auch oben am Masten. Wenn wir jetzt schon bei der Affina Flagge sind, gibt es da noch was anzumerken. Die Seelenordenflagge wird gerne mal mit der Affina Flagge verwechselt. Hauptsächlich liegt das aber an der Flagge oben am Mast und nicht hinten. Denn hinten ist es eindeutig, die Seelenordenflagge ist rot und die Affina Flagge ist grün. Damit sind wir aber am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr kommt etwas Lernlos mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die unten in die Kommentare. Im Abspannen habe ich euch noch den Twitch-Streamer-Tipp. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns auf See. Euer Kexos Wir sehen uns auf See.